hallo leute herzlich willkommen wieder bei der nächsten folge von pilot hier und wir sind bei und wir haben letzte runde der brüderchaft komplett zerstört ernichtet die stücke zerrissen und jetzt haben wir mission wahrscheinlich also ok jetzt weiß ich ich habe schon verkehrt muss mir zu den partnern von der patrioten genau karte karte ist schön oder war und wir gehen da im institut wir wollen den ist in die stücke zerrissen hallo ist mehr als nur unser anführer ist unser schöpfer hallo du hast so das stimmt deswegen da ist er bei den wollen die schwachen übertrieben okay gut dass du den abtrünnigen sind zurückgebracht hat nein läuft ich sollte mit dem sport rechten nicht nach oben ich bin jetzt schon wieder nach unten auch wenn ich nicht wollte das machen Ah, wie schön ist es tut. So. Ein bisschen hin und her. Ich verstehe nicht. Ich verstehe was ist das für ein paar. Ich bin sehr wohl, dass ich verloren habe. Ich hätte nicht erwartet, dass du uns am Leben lässt. Das überrascht mich. Dank des neuen Reaktors haben wir mehr als genug Energie. Sie sind bestimmt stolz auf das, was Vater getan und aufgebaut hat. Äh, nein. Hallo. Was? Gut. Ich wollte dir gratulieren, wie du die Situation in der Biobissenschaft gelöst hast. Ich versuche Schach zu lernen, aber der Computer besiegt mich immer. Entschuldigung. Higgs und Logan haben Glück, dass sie noch leben. Hä? Was ist sicher schon wieder Park? Was soll ich hier machen für die Scheiße? Soll ich mir einfach so rumstehen? Warte auf der... Warte mal. Ja, das ist nochmal. Wer muss das Zeit vertreiben? Oh, komm schon. Ah. Ah, gut. Äh, noch mal haben wir schon. Äh, gut. Äh, noch mal haben wir... 5? Okay, hier haben wir schon genug. Wow, komm, wir machen hier. Ne, danke. das haben wir auf höchste stufe durch gut wissenschaft wird es was anderes das robot experimente nein nein ruhige hand wieder verwendet gut was wohl ich mal ja genau spielt das wollte ich mal genau das wollte ich mal nein das ist das ok nein nein das springt muss ich gut meinen kühl entfernen nein ich sehe scheiß knopf für den warten ja ich glaube ich habe ich kein bock nein 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 nee 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 oh ich geb mich nicht auf den Piss warte da muss ich glaube ich in dieser Moment wie ist sie scheiß Steuerung genau Längste Angriff schleichen Attack simpel und schlagen springen springen sprinten schleichen laufen immer laufen automatisch bewegen verworchen Pause schleich zurück wirst du mich verarschen mehr gibt es nicht also gibt es nicht diese Dinge das muss man warten bei v3 war sowas wie warten super nein ok ja ja Papa sagt mir viele auch noch auch wenn ich muss schlafen gehen schlafen gehen ja gut nee das habe ich gemacht geläufe schnäcke meine Güte welche Taste das war nee nicht jetzt werde ich nicht jetzt werde ich nicht juhu vergessen sie nicht jederzeit auf ausreichende Hygiene zu achten nicht es ist es ist doch nicht nicht aber das ist nicht du wirst du wirst wirst nicht du wirst ne wirst du wirst du von dir die sicherheit in der biowissenschaft wurde verbessert jetzt kann uns niemand mehr ich schlage eben grüße sehr so jetzt ist klar wieso nicht ich glaube ich muss schlafen das institut ist mein leben hoffentlich wird es auch es ist mein zimmer ich habe immer probleme hier ist mein zimmer du hast nichts getan was wir nicht mit genug zeit auch hätten schaffen können nein ja glaubst du verdienst so gibt es ergen der das was mir zeigen wie viel zeit haben wir jetzt ja drei uhr ok nein wieso nichts zu melden ja soll ich erschießen würde ich gerne nicht das machen alter wo ist dieses scheiß kann ich so sein der regt mich so wo ist der unsere technologie muss nach deinen standard sehr fortschrittlich ich hoffe du lebst dich gut ein das muss alles ein wenig überwältigend sein also hier ist klasse jetzt super die anderen sehnen mir nicht viel mehr als einen besseren techniker aber ich bin genauso wissenschaftler wie sie toll vielleicht muss ich untergehen dann muss ich in meinen pack das war hier jeee ok wir ich bin schon zu zu weit gegangen super ich habe gesagt hier aber nein wieso nicht wo war wo 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 wir auch crisis ist wir fl sinon k backpack mal gemacht in Hum der ich gehe ich drehe durch gar nicht soll mit den a sprechen aber wie soll ich das machen spreche mit z1 14 ein also ich will schlafen wo ist mein zimmer ich will mein zimmer ohne ich glaube das ist nicht so ein gang ich weiß vater ist ein großer mann du musst sehr stolz so jetzt gehen wir hier nach unten ich glaube dann dann werde ich richtig weiß und hat nach dir gesucht danke hat er gesagt warum er hat was von lernen erzählt und eine menge wissenschaftliche ausdrücke benutzt er wusste aber wohl nicht was die bedeuten ja das kennt man ich suche ihn später danke ich warum kann ein zünd nicht auch eine person sein ich sehe da keinen unterschied ja nie überhaupt nicht was ein kleines jünger das sind ich meine zimmer schon Komm schon, komm schon. Yay, hab ich endlich gefunden. Wahrscheinlich muss man die Nacht einstellen, vermute ich. Alle Wartungsanfragen sollten an die Abteilung anbieten. Wieso, äh, WM, ich will ein bisschen, wird gut werden, weil ich glaube, ich muss ja nachher zu ihm gehen. Machen wir noch ein Stündchen. So, jetzt sieht's gut aus. Ich hoffe jetzt kann ich zu ihm gehen. Oder ja, ein Schiss, äh, werde, werde da. Ah, aber, ich glaube noch nicht. Klingt, als wären die Raider in der Hotel, ja, in der Woche gewesen. Hallo? Wie ich gehört habe, war der abtrünnige Sünder im Hotel hier eine echte Gefahr. Gut, dass er wieder da ist, wo er hingehört. So, Leute, ich habe ganze Zeit gesucht, gepumpt, ich weiß nicht, wo der kleine A ist. So, Leute, ich würde leider sagen, war übertrieben langsame, langweilige Folge. Aber dafür, ja, nichts dafür. Leider und tschüss. Wir haben jetzt hier gebr pé. Aber dafür, ich glaube noch, nicht mit ihm zu Hause. Hier, ich Ade, ich ging. Untertitelung des ZDF für funk, 2017